Oyawe Afrika Unsere Tage sind ausgefüllt mit Beobachtungsfahrten. Viele Elefanten sind ebenfalls unterwegs. Die Mittagspause verbringen wir unter einem schattigen Baum auf unserem Campingplatz. Einige Elefanten durchstreifen den Campingplatz regelmässig. Wir entscheiden uns, das Mittagessen im Camper einzunehmen. Während der Mittagsruhe hören wir ein leises Knacken ausserhalb unseres Campers. Ein Elefant stellt sich direkt neben uns an den Schatten. Ein zweiter Bulle entschliesst sich unter denselben Baum zu stehen. Um Platz zu schaffen, stellt sich der erste Elefant noch näher zu uns heran. Unser Freund, der Elefant, hält mit uns zusammen Mittagsruhe direkt vor unserer Motorhaube. Jetzt heisst es ruhig bleiben. Wir fühlen uns mit dem Elefanten verbunden. Ein seltsames Gefühl von Angst und Zuneigung steigt in uns hoch. Auch am nächsten Tag kommt er wieder. Der Elefant, unser Freund. Der Elefant, unser Freund. Der Elefant, unser Freund. Der Elefant, unser Freund. Er ist mit dem Weg.